Herzlich Willkommen bei Grün-Weiß Mühlen. Einmal bitte eintreten. Hier in der Halle befinden wir uns gerade in Mühlen, bereiten uns auf den OV Supercup so ein bisschen vor. Die Mannschaft ist mit 21 Jahren die jüngste in der Bezirksliga. Wir haben momentan auch 21 verfügbare Spieler. Es sind nicht alle hier, viele befinden sich halt bei uns im Studium oder sind in der Ferne am Arbeiten. Wie Sie hier jetzt sehen können, befinden sich die Spieler in einem Passquadrat und waren vorher in so einer kleinen koordinativen Übung. Einfach nur, damit die Muskulatur ein bisschen warm wird und ja, dass wir gleich fit in das Spiel gehen können. Im Namen des Vereins Grün-Weiß Mühlen, insbesondere der ersten Herren wünschen wir euch frohe Weihnachten! Auf zehn Feier und Kohlen reviert! Deine controllers. Bis zum nächsten Mal! In Shining Rerays! Bidenức Comparativ ist ein eigenes Umbudsman mit flagrant.